In welcher Kamera überhaupt? Wir wissen. Powered by TBF. Global Asset Management. Europa-Meister seit 1980. 1980. 91. Was will ich anfangen? Anfang schon. Nach mal Portugal. Bis wann? 1980. Deutschland. Griechenland. Sehr gut. Ja, geht schon los. Ich bin so schlecht. So blöd. Italien. Spanien. 18. 18. 18. Ja. 68. Du hast es doch gesagt, oder? Ja, gut. Ganz ehrlich, Europameisterschaft. Ja. 1-0. Irrelevant. Ja, ist okay. Wer war? Meisterschafts-Star. Ich hoffe, es ist dann ein 20. Ich bin schon mal. Alisson Becker. Van Dijk. Joe Gomez. Arnold. Ja, hey Arnold, oder? Trent. Und Alex. Robertson. Wijnaldum. Joel Matip. Mühner. Dejan Lovren. War er noch dabei? Mané. Ah, durcheinander. Ja, entdecken. Henderson. Popi. Janine. Salah. Origi. Shakiri. Keita Fabinho Milner Hat er schon gesagt? Habe ich schon. Ja. Aber ich darf noch mal. Nee. Fehler. Hallo? Fehler. Ja, ja. Fehler. Ja, klar. Fehler. So gestimmt. Kauppach, Amerika-Sieger seit 1980. Ja gut, also. Ja, ja. Chile. Brasilien. Argentinien. Ist ja klar. Super 2. Was 2? Ja. Boah. Noch 2. Gut, ich stelle die Frage, ob das dann zählt auf der Auge zum Mexiko. 2-1. 2-1. Ah, ja, okay. 2-1. Keine Ahnung. 2-1. 3-1. Wer hat einen italienischen Köln gespielt auf 2019, 2020. Ich bin der Mannschaft von der Auge zum Mexiko. Ach so. Gut. Juventisserie. Intermailand. Marzimmer. Lazio Rom. AS Rom. Niapen. Fiorentina. Florenz. Atalanta. Ich habe den Kageha gearbeitet, oder so? Die Kageha gibt es ein. Sie wissen, wie es geht. Ja, ich muss nachher nur Kinder ins Bett bringen. Ja, das berühlt sich. Der Aussteiger nicht. Wie heißt denn die nochmal? B. Reschia? Oder? Reschia? Ja. Reschia oder so, gell? Torino? Boah, keine Ahnung. Ja, Lugirad. Bologna? Quinoa? Ja, da war ich mir nicht sicher. Ja, bei der Zeit, wir schauen wir es mal an. Das ist so ein Thema. Keine Ahnung. Das ist nicht klar. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Svetnau, Hellas Veruna, Galatio, Burkinesi, Galatio, Ures, Lekka und Spalbeka. Lekka? 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 Ja, was heißt denn? Will ich meinen Zwischenstatt sagen? Nee, warum? Okay. Du, Mann, ey. Ich bin gut. Wie kann man das? Lekka? Rewandowski. Das ist total groß. Das ist total groß. Das ist total groß. Das ist schön. Torschützen, okay. Weißt du auch was los? Ja, ja, ich überlege ganz kurz. Ja, ich würde mich auch dann noch ersetzen. Na ja, gut. Warte, gib mir ganz kurz, da vorher es auch ewig dauert. 20, ne? 20, ne? Nee, 20. Was, Durst? Mario Gomez ist ja noch gewesen, oder? Ja. Knappfi? Na ja, da habe ich überlegt. Ja, ja, ja. Ich würde ihn mal da rankommen lassen. Er ist fertig. Ah, aber trotzdem. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. No, no, no.